Was hat sich unternehmerisch in den letzten Jahren mehr verändert als die Vertriebswelt? Und Sie sehen hier unten rechts 150, 152, 169 User machen dort mit und Sie sehen, was sind Dinge, die Sie motiviert in der Führung, was motiviert Sie im Vertrieb, also im Verkauf, im Sales zu arbeiten und das Thema Ziele scheint ein wichtiges Thema zu sein. Achtung, der Text. Wenn es für Sie eine Möglichkeit gäbe, Ihre Fähigkeiten und mein Wissen zu kombinieren und daraus ein Geschäft zu machen. Und das ist immer noch, meine Damen und Herren, der Hauptgrund, warum Menschen sich in einem Unternehmen bewerben, das Image des Unternehmens. Fette Beute und alles Gute. Dankeschön. Andreas Buhr.